Wir haben so einen Oberhammer hier. Was ne krasse Kulisse. Ich war schon den ganzen Tag da und da war noch niemand hier und ich dachte mir schon, okay, das sieht ziemlich geil aus. Seht das wohl aus, wenn die Leute da sind. Aber ich hab mir vieles vorgestellt, aber ich fühl mich gerade Coldplay in so einer Arena oder so, abgefahren. Boah, wir gehen riesig, dass wir heute hier sein dürfen. Das erste große Sommerfestival, deswegen nochmal hallo an alle. Ich bin ja bald rein, die ersten Pfarreien vergehen. Hallo nach hinten, die erste Tribüne in der Reihe. Nochmal hallo bis ganz nach hinten, ihr seid ganz weit weg, aber ich seh euch alle Leute. Das ist jetzt das erste Mal bei Segenweck, die große Premiere. Deswegen möchte ich mir es natürlich ungern als Künstler nehmen lassen, mal ausgiebig Hallo zu sagen in die Runde. Hallo, das stimmt. Guten Tag, ich bin der Max und ich kenne mal auf. Hallo, Max. Hallo. 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 Übel, Pastor hier. B Scott is here. Untertitelung des ZDF, 2020